Also ich will nicht sagen, dass er nie wieder auf YouTube zu sehen sein wird, aber es wird weniger, einfach weil... Hallo meine Lieben, heute gehen wir spazieren bei diesem wunderschönen Wetter, wie wir es heute haben, bei ca. 25 Grad im Schatten. Ja, also heute haben wir 25 Grad, heute ist der 17.5. Ja, ihr kennt das bestimmt auch mit diesem... So, wen haben wir dabei? Ja, das Problem. Wir haben heute die Mail dabei, hinter uns kommt ein Auto, weswegen wir jetzt mal ein bisschen zur Seite fahren. Welchen Kinderwagen haben wir dabei? Den Teutonia Quattro 2012. Ja, viele haben sich bestimmt schon gefragt, also im letzten Video, wo wir die Babyfood Challenge gemacht haben, warum ich beidseitig wieder einen Gips trage. Die Vorgeschichte kennt ihr bestimmt ja schon, wenn ihr aktiv auf unserem Kanal verfolgt. Im Prinzip, ich hatte einen Motorradunfall am 19.11.2016. Und jetzt mittlerweile, also da wurde ich halt einmal operiert im Nachhinein, am 20.12. War dann bis zum 23.12. im Krankenhaus, hab dann da beidseitig eine Schraube reinbekommen. In Skarpoid, wenn ihr irgendwelche Spezialisten dabei habt, das ist die Handwurzel. Das ist jeweils immer ein Knochen aus der Handwurzel. Das hat dann auch bis vor einer Woche jetzt gut geklappt, bis dann irgendwann mein Arzt meinte, ja, sie müssen das nochmal operieren, damit wir sicher gehen können, dass die Schraube nicht weitere Schäden anrichtet. Weil das Skarpoid ist ein Knochen, der von innen so ein bisschen aufgebaut ist wie ein Schwamm, der sich bei, ja, wenn er gebrochen ist, langsam zurückbildet, weswegen dann irgendwann die Schraube zu lang wurde. Und jetzt haben wir links die Schraube komplett rausgenommen, weswegen ich hier jetzt auch so eine schicke Schiene trage. Und rechts haben wir einen Schraubenwechsel gemacht, weswegen wir, äh ich, einen Gipstrager jetzt. Willst du mal die Mails zeigen? Sagen, was du anhatst und so? Was ist das für eine Hose? Soll ich das so machen? Ja. So, meine Lieben. Ja, ich habe gerade, wie ihr bestimmt gesagt bei Felix, ich habe den Kinderwagen gerade ein bisschen hoch gemacht, weil dann kann ich das Verdeck so schön nach hinten, also richtig weit nach vorne machen, so. Seht ihr das? Das ist voll gut wegen der Sonne jetzt, weil dann merkt keine Sonne. Ich hätte auch ein Sonnenverdeck dabei, aber das würde ich jetzt nicht rausholen. Und ich mag das sowieso viel lieber, wenn die Kinder so hoch sitzen, weil seht ihr das? Die ist einfach total nah bei mir, das mag ich total gern. Ja. An hat die Mails unser H&M-Set mit den Wölkchen. Ich liebe die Socken an ihr. Das sind eigentlich Lennox Socken und deswegen sind sie auch viel zu groß, aber sie sind so schön aus an ihr, finde ich. Ja, deswegen hat sie eine graue Hose an und den Wölkchen Body und die Mütze von unserer ganz lieben Freundin. Und ja, sonst haben wir gar nichts mehr hier dabei, außer ihrer Decke, aber es ist viel zu warm für die Decke. Deswegen liegt sie nur so im Kinderwagen. Ich glaube, ich dreh sie aber gleich mal auf den Bauch. So sieht das Ganze aus. So süß. Kommt ein Auto. Ja, ich habe gerade, wie ihr bestimmt gesagt bei Felix, ich habe den Kinderwagen gerade ein bisschen hoch gemacht, weil dann kann ich das Verdeck so schön nach hinten. Also richtig weit nach vorne machen. So. Seht ihr das? Das ist voll gut wegen der Sonne jetzt, weil dann merkt keine Sonne. Ich hätte auch einen Sonnenverdeck dabei, aber das will ich jetzt nicht rausholen. Und ich mag das sowieso viel lieber, wenn die Kinder so hoch sitzen. Weil seht ihr das? Die ist einfach total nah bei mir. Das mag ich total gern. Ja, an hat die Mel unser H&M Set mit den Wölkchen. Ich liebe die Socken an ihr. Das sind eigentlich Lennox Socken und deswegen sind sie auch viel zu groß. Aber sie sind so süß aus an ihr, finde ich. Ja, deswegen hat sie eine graue Hose an und den Wölkchen Body und die Mütze von unserer ganz lieben Freundin. Und ja, sonst haben wir gar nichts mehr hier dabei. Also ihre Decke, aber es ist viel zu warm für die Decke. Deswegen liegt sie nur so im Kinderwagen. Ich glaube, ich drehe sie aber gleich mal auf den Bauch. So sieht das Ganze aus. So süß. Kommt ein Auto. Wo soll ich denn sein? Weißt du, was wir hier so machen? Was ich immer mache, wenn wir vloggen. Was sagst du denn? Okay, dann sag ich's. So mein Lieben, ich hoffe euch hat's gefallen, wenn Felix mal ein bisschen vloggt. Ähm, wir können in allgemeinem was dazu erzählen. Äh, zu der Situation hier mit Felix. Und zwar, ähm, werde ich oft gefragt, warum er nicht meine Videos vorkommt so oft. Und das ist einfach so, weil ich, äh, ihn ein bisschen fernhalten wollte jetzt von YouTube und immer noch möchte. Und das, dass er so ein Video ist, ist auch eigentlich ein, äh, Zufall. Ein Papa. Und, äh, das, äh, also ich will nicht sagen, dass er nie wieder auf YouTube zu sehen sein wird, aber es wird weniger. Einfach, weil ich zu viele Nachrichten bekomme, dass er, er so ein toller Junge ist und, ja, ich weiß nicht. Also, klar, ich müsste damit einfach so locker umgehen können, aber das möchte ich nicht mehr. Weil es schon so weit geht, dass er einfach, äh, Nachrichten bekommt auf seinem privaten Instagram-Account. Und das finde ich nicht mehr schön. Ich meine, klar, Felix ist ein toller Junge und es ist auch wunderbar, dass er die Kleinen so akzeptiert, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt, äh, das bei jedem machen würde. Und deswegen müsst ihr jetzt unbedingt, keine Ahnung, jetzt, deswegen wollt ihr jetzt unbedingt wieder zusammen sein oder so. Und, ja, deswegen wollte ich ihn ein bisschen fernhalten, allgemein auch wegen der Arbeit. Er muss ja, jetzt hat er, äh, Glück, dass er einfach krankgeschrieben ist, wegen der Verletzung. Aber er muss ja bald auch wieder arbeiten. Und dann wird's allgemein auch schwer, Videos mit ihm zu machen. Ich versuch's natürlich, aber, ähm, halt nicht mehr so oft und, ja. Oh. Und das Mehl. Oh, oh. Kennt ihr das Problem auch, ähm, also als rothaarige Person oder zumindest als naturrot oder sehr hellhaut heutiger Mensch, dass ihr so schnell Sonnenbrand kriegt bei so einem Wetter wie heute? Das ist doch echt ätzend, oder? Also ich möchte das gerne mal wissen. Schreibt das mal in die Kommentare und dann sagt mir Maggie im Nachhinein mal, äh, wie das ist eigentlich, ob ihr auch so schnell Sonnenbrand kriegt oder nicht. Weil ich will damit nicht alleine stehen. Okay. Auch interessant. Involvieren, hallo. Ich hab die Mehl gerade aufm Rücken gedreht. Äh, aufm Bauch. Weil sie so, glaub ich, besser schlafen kann. So. Und es ist nicht so warm. Das hier Babypupus. Voll süß. So. Kennt ihr das hier? Hier waren wir letztes Mal auch. Meine Schwester. Ich hab echt eingecremt. Ich krieg jetzt schon Sonnenbrand. Du bist doch schon ganz rot. Ja? Ja, du bist richtig rot. Nein, du bist aber nur in der Kamera rot. Möchtest du schieben? Ohohoho, hast du mich grad weggeschubst? Ja. Ohohoho. Slingel. Das mit das Sandmehl. Ja? Ja. Boah, ich liebe meine Kinderwagen. Schatz, wie findest du ihn? Sick. Das ist Traumhaft, ne? Ja. Ja. Und letztes Mal, als das echte Baby ist drin, lag das ich mir auch so. Oh my god. Das ist mein Traumkinderwagen. Ja, ja. Oh, die Arme mussten gerade mit dem Läuptbus fahren. Ja, ich hatte vorhin zum Glück und das Glück, dass es nicht so warm war. Felix allein mit Baby ist doch auch schön. Ich bleib jetzt mal schön im Schatten hier. Wie fühlst du dich so allein mit Baby? Fühlt sich überfordert? Nee? Okay. Sehr gut. Sie wurden hier so richtig komisch aus, der Kinderwagen. Ist der Kinderwagen lila? Kamera sieht ja lila aus. Hallo Mehl. So, weiter geht's. Weißt du? Morgen sollst du bitte das Gesteins-Event? Ja. Und dabei gibt's mehr Sachen aus Puppestops. Mein Lieben, wir würden uns verabschieden hier. Felix sagt dann tschüss hier. So, Felix hier. Weil das ist dein Vlog. Du musst dir sicher tschüss sagen. Okay. Tschüss. Nein, Spaß. Oh Gott. Hilfe. Oh nein. Warte, ich halte sie. Kamera hat wieder so. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen sonnigen Tag, wenn ihr das heute guckt. Aber das wird bestimmt eh nicht. Nein, das muss ich nicht. Okay, dann. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag, wenn... Ja, Leute. Ich wünsche euch dennoch einen sehr schönen Tag, wenn ihr auch so einen schönen Tag habt wie wir heute. Und dann bis zum nächsten Video.